Gell? Du hältst beim ersten an. So wie das Mädchen vorher. Und dann musst du vielleicht nicht zu schnell fräsen, sondern schaue, dass du überall dazwischen durch. So, jetzt. Schau, jetzt kannst du Slalom machen. Super! Gut! Jetzt Kurven machen. Mehr Kurven, mehr Kurven. Da vorne wird es nachher Stein. Kurven machen. Kurven machen. Bremsen. Bremsen. Kurven. Dem Kurven. Gut, wieder Kurven. Ja, wir sind hier. Jetzt fräsen wir hier. So, jetzt. Gib ihm. Der erste ist umgemeiert. Ja, weiss es auch nicht. Bist du schnell gefräst? Ja, weiter hoch. Ja. Also komm, da hochlaufen. Das hast du sicher gelernt, oder? Ja. Also komm. Du musst bitte laufen. Du hast es gelernt, wie du hochlaufen musst, oder? Ja. Gefällt es dir hier? Ja. Das ist schön. Hä? Ähm. Es ist schön. Es ist schön. Es ist schöner. Es ist schöner. Es ist hier mehr Schnee, oder was? Wieso ist es denn hier schöner? Grün. Es ist hier mehr Schnee, oder was? Ach so. Und das? Zwei grünen Gehle. Timmy kauft nachher noch mal eins und dann kann es der Mann dir hinmachen, hä? Gäh? Gäh? Vielleicht ein Tellerli, gäh? Komm. So. Ein bisschen nach vorne rutschen noch. Der Mann gibt es zwischen die Beine, hä? Du gerade hinstott, Tim, bitte. Ja. So. Jetzt ist es besser, hä? Jetzt ein Tellerli zwischen die Beine. Gut. Super. Merci. Gehen wir wieder Slalom machen? Oder was machen wir? Ja. Willst du wieder Slalom fahren? Ja. Okay. Alles try! Okay. Okay. Doh- 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 Tim, schau mal wie es die machen. Die halten an beim ersten Stock und dann starten sie, hast du gesehen? Hey, tun wir es auch so machen, gell? Gehst du nicht auf dieser Seite? Danke. Bis zum nächsten Mal.